Liebe Grüße aus Mammudlar heute. Ich bin heute beim Sportplatz Mammudlar, da wo Mammudlar Sport trainiert. Ihr seht das im Hintergrund, eine Megakulisse, die Berglandschaft ist richtig traumhaft hier. Es ist eine richtig schöne, angenehme Luft und so langsam gehen auch die Temperaturen runter, vor allem nachts. Also da kann man dann auf jeden Fall so langsam mal ein dünnes Jäckchen mal mit anziehen. Ich möchte aber hier nicht auf Mammudlar Sport eingehen, sondern auf ein ganz, ganz wichtiges Thema, was sehr viele Menschen sicherlich interessiert und zwar ganz viele Ukrainer haben die Türkei verlassen. Aber wo sind sie hin? Denn wir wissen ja in Mammudlar, da wo wir jetzt aktuell auch sind, ist es sehr russischsprachig geprägt. Das heißt, sehr viele Russen, sehr viele Ukrainer sind in den letzten Jahren hierher gekommen in die Türkei, speziell nach Mammudlar, weil dort einfach schon sehr viele Russen auch vorher waren und dementsprechend natürlich die sich dort natürlich auch mehr heimisch gefühlt haben. Und die haben natürlich auch sehr viel gekauft an Immobilien und haben natürlich oft, sagt man, die Preise der Immobilien nach oben gejagt, was aber meiner Meinung nach nicht zu 100% stimmt. Darfst du aber auch gerne mal deine Meinung dazu reinschreiben. Viel wichtiger ist aber, wo sind jetzt aktuell die Menschen hin? Denn ich habe mich mit jemandem unterhalten, der in Mammudlar auch direkt lebt und der hat mir das erzählt, als ich da letztens an der Waldorfschule stand und dem ist das ganz rapide aufgefallen, dass viele Menschen, speziell die Ukrainer, die Türkei verlassen haben. Und er meint, er weiß warum. Denn viele Menschen wandern ja nach Mitteleuropa aus, beziehungsweise flüchten nach Mitteleuropa. Und wir wissen ja, dass Deutschland zum Beispiel als zentral-mitteleuropäisches Land, als Schaltzentrale von Europa, könnte man sagen, natürlich als erste Anlaufstation für sogenannte Flüchtlinge gilt, beziehungsweise natürlich auch für Menschen mit ausländischem Hintergrund. Egal, ob es Flüchtlinge sind oder einfach, wie man auch schon in dem einen oder anderen Bericht gelesen hat, ist, dass 40% der Afrikaner nach Europa auswandern wollen. Ja, ist natürlich eine ganz krasse Geschichte mit über einer Milliarde Menschen in Afrika. 40% über 400 Millionen Menschen. Europa hat gerade mal 5 Millionen Menschen, soweit ich weiß. Sehr heftig auf jeden Fall. Aber Deutschland ist natürlich bekannt für den absoluten, man könnte auch sagen, Schlaraffenland-Status. Und ich nenne Ihnen jetzt mal, mein Kontaktmann hatte berichtet, dass viele Menschen Ihnen gesagt haben, hey, hier in der Türkei ist zwar das Wetter schön, die Kultur, es passt alles sehr gut, aber auch hier ist es relativ teuer. Vor allen Dingen an der Waldorfschule waren auch relativ viele Ukrainer, beziehungsweise russischsprachige Menschen, die die Schule verlassen haben, beziehungsweise auch andere Privatschulen, weil das kostet natürlich alles relativ viel Geld hier in der Türkei. Auch das, ja. Und in Deutschland aber hast du als Ukrainer, soweit wir wissen, ja, und ihr könnt das vielleicht sogar noch besser bestätigen, beziehungsweise ich habe auch schon darüber ein Video gemacht, haben die das natürlich schon sehr gut als Ukrainer, wenn du da jetzt als Ukrainer nach Deutschland einreist, weil du bist ja quasi ein Flüchtling eines Kriegslandes, ja. Und dementsprechend hast du natürlich alle Vorteile, die nicht unbedingt ein Deutscher sogar hat, ja. Abgesehen davon hatte ich ja auch schon berichtet, dass die Bundesregierung 300 Euro für jeden deutschen Staatsbürger nimmt für die Evakuierung aus Israel, aus dem Krisengebiet der letzten Tage. Aber andere ausländische Staatsbürger, die auch nach Deutschland irgendwie möchten oder wohnen, ja, weil sie dort gemeldet sind, die zahlen dann nichts. Also es ist schon sehr kurios. Und die hatten gemeint, ganz viele Menschen gehen jetzt nach Deutschland, die Ukrainer quasi, damit sie sich dort ein neues Leben aufbauen können. Und ich denke, als Deutschland, Schlaraffenland sozusagen, ist das schon für solche Menschen schon sehr profitabel, beziehungsweise auch eine Art Luxus. Sie sparen sich natürlich die Kosten für die Privatschulen und sie bekommen sogar Geld, ja. Und wenn man das Ganze clever anstellt, wie das viele Menschen auch in Deutschland einfach machen, dann haben die ein Leben in Saus und Braus. Und ich finde ein Leben in Saus und Braus auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Aber den Staat natürlich irgendwie auszunutzen, finde ich nicht in Ordnung. Ob ich Deutscher bin oder auch hier in der Türkei lebe, ich würde nicht gerne auf irgendwelche Gelder angewiesen sein. Da fragen mich auch viele, Markus, wie ist das dann mit meiner Rente zum Beispiel? Wenn ich jetzt in die Türkei auswandere, bekomme ich meine Rente frühzeitig ausbezahlt. Das ist auch immer ein sehr interessantes Thema. Als deutscher Staatsbürger bekommst du nicht frühzeitig das ausbezahlt. Frühestens, glaube ich, drei Jahre nach deiner Abmeldung kannst du dir das frühzeitig ausbezahlen lassen. Aber ich glaube auch nicht immer zu 100 Prozent. Deswegen musst du das im Einzelfall definitiv nochmal prüfen. Wenn du aber ausländischer Staatsbürger bist, in Deutschland gearbeitet hast, somit auch irgendwie in irgendwelche Rentenkassen eingezahlt hast, dann kannst du bei deiner Abmeldung aus Deutschland, da haben mich nämlich auch einige schon hingewiesen, Deutsch-Türken sozusagen mit türkischer Staatsbürgerschaft, aber Aufenthalt in Deutschland, hatten das berichtet, dass sie sofort quasi ihr Geld auszahlen lassen können. Und dementsprechend je nachdem, wie viel das ist, kann man sich damit natürlich auch ein gewisses Puffer auch hier aufbauen. Nichtsdestotrotz sollte man immer sein eigenes Ding durchziehen. Und ich freue mich natürlich auch hier, wenn ich immer wieder Impulse geben kann. Und in Bezug auf die Ukraine, die jetzt die Türkei verlassen, spürbar die Türkei verlassen haben, ist das schon eine sehr interessante Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man natürlich auch den Immobilienmarkt hier in der Türkei, speziell in Antalya, Alanya, anschaut. Ich bin sehr gespannt, ob die Preise eher weiter nach oben gehen oder stehen bleiben oder sogar, wie die Prognose von vielen ist, dass es eher runter geht. Tendenz bis zu 30 Prozent. Und das ist natürlich dann schon ein erhebliches Ersparnis, was man sich da sparen kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine 1 plus 1 Zimmerwohnung aktuell im Rohbau circa 120, 130.000 Euro kostet, minus 30 Prozent. Und das wäre natürlich eine gute Sache. Also vielleicht ist es noch cleverer, erst mal abzuwarten, um zu schauen. Wobei natürlich auch hier es keine Garantie gibt, ob man wie beim Kryptomarkt mehr oder weniger, beim Finanzmarkt, Aktienmarkt, man erwischt wahrscheinlich nie den richtigen Einstiegspunkt. Aber darum geht es gar nicht, denn wir sollten einen Mindset haben von lange halten, das Ganze von einem sogenannten HODL-Mindset. Das bedeutet einfach, man kauft zu einem gewissen Zeitpunkt ein, lässt das Ganze liegen, beziehungsweise verwahrt das Ganze natürlich auf einem Ledger, auf einem Cold Wallet in dem Fall, wenn es um Kryptowährungen geht. Oder in dem Fall eine Immobilie, die lässt man dann halt stehen, kann die vermieten, kann daraus auch nochmal monatlich sein Geld generieren. Weil irgendwo müssen ja die Menschen auch leben. Und dann quasi kann man es immer noch irgendwann verkaufen, wenn man denkt, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, um das Ganze im Gewinn natürlich zu verkaufen. Natürlich muss man auch hier steuerrechtlich gesehen das Ganze immer abgeklärt haben, dass man möglichst gut, ohne zu versteuern, das Ganze, beziehungsweise natürlich geringe Steuern zahlt. Aber auch hier gibt es natürlich Mittel und Wege und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da schon auch den Durchblick habt. Dementsprechend, ja, das ist sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auch, wie es in Deutschland weitergeht und freue mich immer über Input. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn auch du hier wieder Aktivität zeigst, einen Daumen nach oben da lässt und auch ein Kommentar, was du dazu sagst auf der Welt, was abgeht aktuell, beziehungsweise was auch hier in der Türkei abgeht. Wenn du weitere Informationen hast, darfst du mir die gerne zukommen lassen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und dementsprechend wünsche ich einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund und munter. Beste Grüße aus Mammutla vom Fußball. Yes, so sieht das aus. Guckt euch die Landschaft an, mega. Dementsprechend beste Grüße. Euer Markus aus Mammutla.